Alnatura. Dein Experte für gesunden, natürlichen Schlaf. Seit 40 Jahren. Und da dein Schlaf, Alnatura, wirklich am Herzen liegt, schenken sie dir nicht nur Bett am Strand, sondern ab sofort auch 10% auf deinen gesamten Einkauf. Tu dir was Gutes mit dem Code STRAND. Alnatura. Natürlich mit 2L. Schlaf gut. Träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so wie es hätte sein können. Wind schlägt mir ins Gesicht. Unser Boot schießt förmlich über das Wasser dahin, das zu diesen frühen Morgenstunden noch spiegelglatt daliegt. Die Geschwindigkeit raubt mir den Atem. Meine Hand umfasst hilfesuchend den Rand des kleinen Bootes. Doch gleichzeitig genieße ich die rasende Fahrt mit jeder Pore meines Körpers. In meiner Magengrube dieser wunderbare Kitzel, der mir ganz deutlich zeigt, ich bin am Leben. Der Fahrtwind trägt mir den würzigen Geruch der Adria entgegen. Salz, Tang, gemischt mit etwas Undefinierbarem, dem unverwechselbaren Geruch des Meeres. Ich bezweifle, dass es einem Parfümeur je gelingen würde, diesen Duft in eine Flasche zu bannen. Da gäbe es immer diese letzte Zutat, die die unergründlichen Tiefen der Weltmeere nicht preisgeben würden. Hier, in der Bucht vor Split, ist das türkisgrüne Wasser so klar, dass man sich einbilden könnte, bis auf den Grund zu sehen. Und doch weiß ich, dass auch diese Gewässer ihre Geheimnisse und Überraschungen bergen. Und damit soll ich Recht behalten. Als wir uns auf dem offenen Meer befinden, lässt unser Guide das Boot stoppen. Das Knattern des Motors verstummt und eine tiefe Stille breitet sich aus. Nur das leise Schwappen der kleinen Wellen gegen unser Boot ist zu hören. Der Guide zeigt auf etwas, ein paar hundert Meter von uns entfernt. Und dann sehe ich es auch. Ein grau glänzender Leib hebt sich in einem eleganten Bogen aus dem Wasser und taucht spritzend wieder ein. Delfine! Ein stromlinienförmiger Körper nach dem anderen springt vor uns aus dem Meer. Ganz deutlich kann ich ihre helle Unterseite erkennen, ihre gegabelte Schwanzflosse. Ein Exemplar schießt bestimmt fünf Meter in die Höhe und vollführt in der Luft eine elegante Drehung. Man kann gar nicht anders, als zu glauben, dass sie bei all diesen Sprüngen und Tollereien Freude und Begeisterung empfinden. Doch wir müssen uns von diesem erheiternden Anblick losreißen und setzen unsere Fahrt fort. Und schließlich haben wir noch ein ganzes Stück Weg vor uns. Etwa eine Dreiviertelstunde später nähern wir uns langsam der Küste von Bichevo. Der nördliche Teil der Insel ist mit Kiefern bewachsen, deren Duft uns in heißen Schwaden schon entgegenweht, gemischt mit mediterranen Kräutern. Ganze Büsche von Thymian und Rosmarin wachsen aus den nackten Felsen empor. Und dann kommt unser Ziel in Sicht, die blaue Grotte von Bichevo. Der dunkle Höhleneingang ist neben dem schroffen weißen Gestein der Felsküste klar zu erkennen. Vorsichtig nähert sich unser Boot dem etwa ein Meter hohen und zwei Meter breiten Eingang. Die Grotte ist nur vom Wasser aus und nur bei ruhiger See erreichbar. Doch wir haben Glück. An diesem Tag gibt es kaum Wellengang. Als wir in die Höhle hineinfahren, umhüllt uns für einen kurzen Moment schwarze Dunkelheit. Doch schon wenige Sekunden später erleben wir im wahrsten Sinne des Wortes unser blaues Wunder. Die gesamte Höhle ist in ein magisches blaues Licht getaucht, das gleichzeitig von nirgendwo und doch von überall herzukommen scheint. Wie uns der Guide erklärt, dringt durch einen weiteren unterirdischen Höhleneingang zu bestimmten Tageszeiten Sonnenlicht, das von dem weißen Gesteinsboden reflektiert wird. Und so leuchtet das kristallklare Wasser in den Farben der prächtigsten Edelsteine. Mal strahlen Türkis wie ein Saphir, mal in dem tiefen, reinen Blau eines Lapislazuli. An anderen Stellen wiederum azurblau wie der Himmel an einem Sommertag. Das blaue Glimmen füllt die gesamte Höhle aus. Es flackert als diffuser Schein auch über die umliegenden Felswände. Ich tauche meine Hand in das überraschend kalte Wasser. Unter der Oberfläche bekommt sie einen silbrigen Glanz. In der Grotte riecht es leicht modrig und nach nassem Gestein. Es ist ein so unwirklicher Ort, dass ich für einen kurzen Augenblick jegliches Raum- und Zeitgefühl verliere. Die Außenwelt erscheint unendlich weit entfernt. Befinde ich mich über oder unter dem Meeresboden? Ist es morgens oder abends? Doch das Gefühl ist nicht unangenehm, im Gegenteil. Das Blaue beruhigt meinen aufgewühlten Geist und versetzt mich in einen einzigartigen Schwebezustand. Als wir die Höhle wieder verlassen, muss ich mich in dem gleißenden Tageslicht erst wieder orientieren. Ich lehne mich auf meinem Sitz zurück, schließe die Augen und versuche, den Moment in mir zu bewahren, sodass ich dorthin in meiner Erinnerung zurückkehren kann, wann immer ich Frieden und Ruhe brauche. Zurück am Hafen von Split begebe ich mich auf die Suche nach einem Restaurant. Denn mittlerweile lässt mein Magen ein vernehmliches Knurren hören. Ich betrete die Altstadt durch das sogenannte Silberne Tor. Es ist eines der vier Tore, durch die man in früheren Zeiten in den Palast des römischen Kaisers Diokletian gelangte. Der Palast hatte gigantische Ausmaße und erstreckte sich über den gesamten heutigen Innenstadtbereich. Der Kaiser ließ ihn sich im vierten Jahrhundert als Altersruhesitz bauen und geizte dabei nicht mit Tempeln, Säulengängen und Mausoleen. Überall stolpert man noch immer über die Reste dieser vergangenen Pracht. Das Silberne Tor ist jedoch, anders als sein Name es verspricht, nicht aus dem wertvollen Metall, sondern aus massiven Steinquadern. Über zehn Meter ragt es majestätisch in die Höhe. Grüne Flechten klammern sich an das ausgewaschene helle Mauerwerk. Durch die oberen Rundbogenfenster leuchtet der blaue Himmel. Das Bauwerk besitzt den zauberhaften Charme einer Ruine. Doch gleichzeitig hat es nichts von der Erhabenheit römischer Baukunst verloren. Es empfängt die Besucher der Stadt genauso einschüchternd, wie es das in der Antike getan haben muss. Ehrfürchtig laufe ich über die alten Pflastersteine, über die wahrscheinlich schon die sänften Träger des Kaisers gegangen sind. In dieser Stadt fließen die verschiedenen Zeiten und Epochen so ineinander, wie die Fäden eines kunstvoll gewebten Teppichs. Mal schlendere ich durch mittelalterliche Gässchen, vorbei an kleinen, hutzligen Häuschen aus groben Feldsteinen, mit grüngestrichenen Fensterläden und Blumenkästen voll rotleuchtender Geranien. Dann finde ich mich plötzlich auf einem weiten Platz wieder, der an den Markusplatz in Venedig erinnert. Er ist an drei Seiten von den Flügeln eines Palasts im Stil der Neo-Renaissance umgeben. Links und rechts sind die Fassaden in eleganten Arkaden aufgelöst, in deren Schatten ich kurz verschnaufen kann. Doch mein Lieblingsort in der ganzen Stadt ist die kleine Buchhandlung Morpurgo, eine der ältesten Buchhandlungen der Welt. Bescheiden hebt sich das flaschengrüne, mit eleganten Jugendstilornamenten verzierte Schaufenster von den angrenzenden Steinfassaden ab. Als ich den gemütlichen Raum betrete und die Tür hinter mir schließe, befinde ich mich in einer eigenen, abgeschlossenen Welt. Den Trubel der lebendigen Stadt lasse ich sofort hinter mir. Ganz bewusst nehme ich die ruhige Atmosphäre dieses Ortes in mir auf, sauge genüsslich den wunderbaren Geruch von Papier- und Druckerschwärze ein. Die Bücherregale reichen fast bis zur Decke, und auch auf den Auslagen davor stapeln sich die Bücher. Obwohl ich die Titel nicht lesen kann, lasse ich dennoch die Worte auf mich wirken, nehme die Bücher in die Hand und blättere durch die Seiten. In jedem Buch liegt eine Welt verborgen. Der Verkäufer wird auf mich aufmerksam und spricht mich zuerst auf Kroatisch an. Doch ich schüttle den Kopf. »Tourist«, sage ich, und er lacht. Er winkt mich zu sich und drückt mir einen Bildband über Split in die Hand. Stolz zeigt er auch mehrere Bilder seines eigenen Ladens, darunter auch eines in schwarz-weiß, das vor 150 Jahren anlässlich der Gründung der Buchhandlung aufgenommen wurde. Offenbar hat sich hier seitdem nicht viel verändert. Auch die anderen großformatigen Fotografien fangen die Stimmung der Stadt perfekt ein. Die mediterranen Farben, die geschichtsträchtigen Gassen. Ich beschließe, das Buch als Erinnerung an diesen Moment zu kaufen. Der Buchhändler verabschiedet mich freundlich und erklärt mir mit Händen und Füßen den Weg zu einem Restaurant, das er mir empfehlen will. Es ist nicht schwer zu finden. Und wenig später sitze ich, umgeben von hohen Blumenkästen, bei einem wunderbar kühlen Glas Weißwein an einem malerischen Platz. Von den Einheimischen wird er nur der Obstplatz genannt, weil hier früher die Bauernfrauen aus der Umgebung frisches Obst verkauften. Von meinem Tisch aus blicke ich direkt auf den Palast einer altehrwürdigen Splitterfamilie aus dem 17. Jahrhundert, der Familie Meleschi. Gegenüber der wunderschönen Barockfassade erhebt sich ein großer, achteckiger venezianischer Turm, der im 15. Jahrhundert einmal Teil einer Festung war. Selbst auf engstem Raum, wie auf diesem kleinen Platz, liegen die verschiedenen Epochen in Split ganz dicht beieinander. Wohlig strecke ich meine erschöpften Beine aus. Der Kellner bringt mir einen Vorspeisenteller mit luftgetrocknetem Schinken, frittierten Oliven und lokalem Schafs- und Ziegenkäse. Unter dem Sonnenschirm weht mir eine laue Brise entgegen, die den Geruch des Meeres mit sich trägt. Ich spüre es am ganzen Körper. Es ist Sommer. Vor mir liegen endlos erscheinende Julitage und Augustnächte. Regen, Wolken und grauer Himmel sind noch in weiter Ferne. Nach dem Essen bin ich zu erschöpft, um weiter herumzulaufen, und ich beschließe, den Nachmittag an einem der zahlreichen Strändesplits zu verbringen. Viele dieser malerischen Buchten befinden sich nur wenige Minuten von der Altstadt entfernt. Ich suche mir ein gemütliches Plätzchen im Schatten einer Pinie. Die Bäume reichen an dieser Stelle fast bis ans Meer. Das klare Wasser leuchtet in den schönsten Blau- und Türkistönen, und ich bekomme fast Lust, wie ein kleines Kind planschend hineinzurennen. Aber dann lasse ich es doch lieber langsam angehen. Es tut gut, den Schweiß und den Staub des Tages abzuwaschen. Ich warte bis zum Bauchnabel ins Meer. Dann hole ich tief Luft und tauche unter. Eine stille, grüne Welt empfängt mich. Die Sonnenstrahlen brechen sich an der Oberfläche und flimmern über den Meeresboden. Ein kleiner Fischschwarm schießt unter mir hindurch. Ich tauche wieder auf und lasse mich eine Weile auf dem Rücken treiben, den Blick in den strahlend blauen Himmel gerichtet, in den die Flugzeuge ihre Kondensstreifenmuster zeichnen. Nach dem Schwimmen lege ich mich auf mein bunt gemustertes Badetuch. Feine Wassertröpfchen glitzern auf meinen Armen, doch der laue Wind, der über meine Haut streicht, lässt sie bald trocknen. Der harzige Geruch von in der Sonne gebackenen Piniennadeln weht zu mir herüber und mischt sich mit dem der Sonnencreme. Ich spüre, wie mein Körper in der Wärme ganz schwer wird, wie er eine Mulde in den Kieselstrand drückt und die Steinchen sanft mein Kreuz massieren. Es ist eine Wohltat, hier zur Ruhe zu kommen, nichts tun zu müssen, einfach nur zu sein. Ich schließe die Augen. Die einzigen Geräusche sind das Rauschen der Wellen, gemischt mit dem fernen Juchzen eines badenden Kindes und über mir das sanfte Wispern des Windes in den Pinienzweigen. Flirrende Schatten und Sonnenflecken tanzen über meine Haut. Mein Atem geht ganz ruhig und regelmäßig. Ich habe das Gefühl, dass in diesem Moment nichts schiefgehen kann, dass mein Körper gerade nichts anderes braucht, als hier zu liegen. Ich muss wohl eingedöst sein, denn als ich das nächste Mal die Augen öffne, steht die Sonne schon tief am Horizont. Ich packe meine Sachen zusammen und schlendere über die Riva, die Uferpromenade Splitz, zurück zu meinem Hotel. Sanft schaukeln die Segelboote an den Stegen entlang der Promenade im Wind. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen und der Himmel über der Adria erstrahlt in den schönsten Farben, leuchtend orange-rot direkt über dem Horizont und zart rosa in der Höhe. Hinter der Stadt erheben sich in blauem Dunst gehüllt die Berge des Mossor-Gebirges. Die warme Luft ist erfüllt von Gerüchen, Seetang, heiße Steine und dann und wann das süße oder herbe Parfum vorbeilaufender Passanten. Nun erwacht die Promenade zum Leben. Touristen sind auf der Suche nach dem besten Lokal, um den Abend ausklingen zu lassen. Jugendliche stehen rauchend und diskutierend in kleinen Grüppchen zusammen. Verliebte Paare sitzen auf den Bänken unter den imposanten hohen Palmen, deren Silhouetten sich dunkel vor den hell erleuchteten Bars und Cafés abheben. Ich ziehe vorbei an all diesem Lebenshunger, den sehnsüchtigen Erwartungen an diesen Abend, diese Nacht. Ich bin jedoch vollauf zufrieden mit meinem Hotelbett und lasse mich, kaum dass ich die Tür hinter mir geschlossen habe, selig und erschöpft in die weißen, gestärkten Laken fallen. Nicht zu fassen, dass ich erst heute Morgen das Wunder der blauen Grotte bestaunen konnte. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich die Farben immer noch genau vor mir. Die glitzernde Wasseroberfläche, das blau-zitternde Licht an den Felswänden, der azurblaue Himmel am Strand. Die Bilder laufen ineinander, bis mich schließlich sanft das Blau des Schlafes umfängt.